Wir können nicht hier so globale Experimente machen, wir haben nur die eine Erde. Die können wir nicht als Labor benutzen, aber mit den Simulationen können wir natürlich alles durchspielen. Unser Supercomputer ist wirklich einzigartig. Wir haben das modulare Konzept zum ersten Mal auf ein System in dieser Leistungsklasse angewandt. Forschungszentrum Jülich und its partners have built a Supercomputer that is setting benchmarks on a global scale. Upon its completion, Jules is the fastest computer in Europe and boasts unparalleled energy efficiency. With its enormous computing power, researchers can accelerate the development of medicines, investigate how the human brain works, and clarify fundamental questions regarding renewable energy and the climate. Crucial to its flexibility is the modular architecture developed at Forschungszentrum Jülich, comprising a cluster and a booster module, which are interconnected. In conventional supercomputers, thousands of identical processing units are combined. Some applications, however, can only make partial use of them. In contrast, a modular architecture works more efficiently. A universally applicable cluster is enhanced by specialized units. For example, an ultra-fast booster, a centralized storage system, or a module for data analytics. And pioneering technologies such as quantum computers and neuromorphic chips can also be directly integrated. The advantage is that each task is performed on the module that is best suited for the task. In the R-System-Modellierung, there must be different scales, one on the global scale. But the einzelnen processes, which are for the climate change relevant, have a scale on micrometers. And their formation is a chemical reaction, that is, that is, that is, you have to be very high on the scale. And here comes the modular architecture into the play. Das heißt, die besonders rechenintensiven chemischen Reaktionen können wir auf den sehr parallelen Booster auslagern, wohingegen der atmosphärische Transport auf den CPUs und Cluster über die Tausenden von Kilometern simuliert werden kann. Ermöglicht wir die Modularität nur durch die Software der Firma Patek. Sie erlaubt es, die verschiedenen Rechenaufgaben auf die verschiedenen Module des Systems zu verteilen. In diesen haben wir die schnellsten Grafikkarten der Welt von NVIDIA, das schnellste Rechennetzwerk, das es derzeit gibt, von Melanox und eine hochinnovative Kühlungstechnologie von Atos. Damit erreichen wir höchste Energieeffizienz bei allerhöchster Performance. Joules ist ein Modular Supercomputer, das als eine Modelle für die Supercomputers der Zukunft. Mit der enormen Kapazität, ist es bereits deliveren komplett neue Insights und Findings. Das ist eine Modelle für die Supercomputers der Welt von NVIDIA. ZbDA älter Betulked 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 Betulked